Bei WAM haben wir seit fast 40 Jahren eine Vision, intelligente Kaminöfen zu schaffen. Seit vielen Jahren hat sich unser WAM Automatik mit einer kleinen wärmeempfindlichen Feder zugunsten der Umwelt, des Brennholzverbrauchs und des Komforts ausgewirkt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben eine völlig neue Technologie entwickelt und können mit Stolz unser neuer WAM Autopilot IHS präsentieren. Das Intelligent Heat System wird von der Airbox gesteuert, die Ihnen den Umgang mit dem Kaminofen noch einfacher und bequemer macht. Die Airbox steuert die Luftmenge im Ofen mit drei unabhängigen Lufteinlässen. Mit der Fernbedienung wird die gewünschte Temperaturstufe eingestellt. Feuer und Verbrennung werden durch die Luftmenge im Kaminofen geregelt. Zu wenig Luft erstickt das Feuer und hat eine niedrige Temperatur zur Folge. Zu viel Luft lässt das Feuer aufflammen und die Temperatur steigen. Das Autopilot IHS sorgt für die richtige Luftmenge, indem Feuer und Temperatur mit elektronischer Präzision gesteuert werden, was sich positiv auf ihren Brennstoffverbrauch und die Umwelt auswirkt. Die Temperatur im Kaminofen und die Sauerstoffmenge im Rauchgas werden ständig von einem Temperatur- und Sauerstoffmesser erfasst, der die Daten an das Steuerungssystem weitersendet. Mit der Fernbedienung können Sie die gewünschte Temperaturstufe einstellen. Die automatische Steuerung der Lufteinlässe sorgt für eine absolut optimale Verbrennung. Das ist gut für die Umwelt und gut für Ihr Portemonnaie und kostet Sie wenig Mühe. Sie müssen nur wie gewohnt anfeuern und mit der Fernbedienung die gewünschte Temperaturstufe einstellen. Danach übernimmt das Autopilot IHS den Rest und die Fernbedienung lässt sogar ein Signal ertönen, wenn es Zeit zum Nachlegen ist. Mit dem WAM Autopilot IHS bekommt Sie einen Kaminofen, der gut für die Umwelt ist, für noch mehr Gemütlichkeit sorgt und sich günstig auf dem Brennholzverbrauch auswirkt. So intelligent kann ein Kaminofen von uns schon heute sein und wir arbeiten weiter daran, ihn noch intelligenter zu machen. Erleben Sie alle Modelle bei Ihrem Händler oder unter wamm.de